Grant McKay ist kein guter Ehemann oder Vater, aber ein verdammt guter Wissenschaftler. In der Science-Fiction-Serie Black Science hat er die titelgebenden schwarzen Wissenschaften gemeistert und springt nun mit seinen Kindern und Kollegen unkontrolliert durch zahlreiche exotische Parallelwelten. Deren Bewohner können wilde Froschmenschen, Hightech-Indianer oder Insekten sein und sind immer brandgefährlich. Noch gefährlicher sind allerdings die Spannungen und Intrigen innerhalb von McKays Truppe. US-Autor Rick Remender begann seine Karriere als Animationszeichner und wirkte an Der Gigant aus dem All und anderen Trickfilmen mit. Für Marvel schrieb er mehrere wichtige Superheldentitel. Inzwischen widmet Remender sich ganz seinen eigenen Serien, angefangen bei Black Science, die seit Herbst 2016 kontinuierlich auf Deutsch erscheint. Als Zeichner fungiert der Italiener Matheus Calera. Sein charakteristischer Stil und die Farben von Dean White bescheren dem mal abenteuerlichen, mal komplexen Weltenwirbel einen unverkennbaren Look. Dein Liebender Dein Liebender Untertitelung des ZDF, 2020